yo leute brot ist wieder am start heute mit einer neuen folge chittige snipen und ich nehme die gerade im anschluss zu der letzten folge auf und wie ihr wisst mein aim stimmt aber die gegner nicht aber es ist immer noch die gleiche lobby habe ich ein glück und nein pass auf der wird jetzt nein nein er hat mir fast gegeben ich wäre nicht mehr komplett ausgetickt aber ich will euch ja nicht hier immer zumuten dass ihr mich nur erlebt wie ich ausraste und das habt ihr bis jetzt eigentlich fast noch nie und deswegen ja oh mein gott leute was ist los ich habe gerade ich konnte gerade gar nicht reden weil ich mich einfach so konzentrieren musste und alter wie viel habe ich gerade geholt ich habe gerade fünf kills gemacht also vier ziemlich schnell hintereinander und leute mein aim ist gerade echt es ist so gut da oh shit so schnell hatte ich noch nie einen blitzschlag seit ich wieder bo2 spiele also seit heute oh man ja double auf express double mit blitzschlag oh mein gott hier kommt ein gegner hoch oder ja ich habe tarnini leute es war die richtige entscheidung dass ich noch eine runde spiele absolut oh nein oh nein zu viele gegner wo ich bin im richtigen moment weg gerannt ist hier ein gegner ja ich muss aufpassen ich muss echt aufpassen dass die jetzt nicht hier hoch kommen ich muss hier weg ich gehe einfach hier lang ist hier noch einer die sind da gar nicht mehr okay ich laufe mal vorsichtiger vorsichtig habe ich gesagt ich habe gesagt vorsichtig aber die kirche gucken wir uns jetzt an er eben doch noch rein krass ich glaube nur deswegen hat er mich auch getötet boah hätte ich dem nicht mit cup gegeben hätte mir mit remington gegeben hätte geweint ey er hat ihn gesnipet ey guck mal im killfeed okay jetzt ist er weg aber egal ich habe 16 oh ich dachte ein gegner kommt ich habe 17 eins mann was ist los ich muss jetzt wieder auf eine position wo ich sein kann schnell komm 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 jawohl nein das hat er nicht getan das hat er gar nicht mit mir gemacht oh gott hier kommt der zug ganz vergessen aber es macht so viel bock wieder ein bo2 zu snipen das ist einfach online und ich habe ihn ich habe mit marken gegeben deswegen das zählt als kill mit sniper oh shit oh shit ey komm her jetzt ist irgendwas falsch aber 18 zu 2 da er hätte mir nein 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 scheiße scheiße muss hier weg die haben alle aim und spielen alle ein ich habe so ein glück gerade dass ich gute reaktion haben hier sind so viele gegner ich muss hier nein nein nicht sterben ich werde ich werde nicht sterben ich werde nicht sterben oh mein gott tut mir leid dass ich gerade so viele kills hier mitmachen oh nein sorry dass ich jetzt noch einen kill damit machen werde aber er wusste es wie wusste er das oh mein gott das live commentary ist ja mal todes geil gerade mir macht es gerade so viel spaß oder nein es leckt ich muss gar nicht nachladen komm komm hoch komm doch hoch hey bring mich nicht zum verzweifeln nein 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 oh gott ich gehe da weg ich gehe da auf jeden fall weg ich will jetzt wieder sniper kills machen man ich werde sterben ich habe fast überlebt ohne scheiß und jetzt werde ich wieder ausrasten kommt also mal gucken ob ob verbal oder das kill angeht aber heute nämlich jetzt noch durch die wand geholt er die schießen immer noch und einer kommt einer schieß scheiße doch doch sie kämpfen da immer noch was ist denn los mit den gegnern er guckt euch da nee schnell 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 lauf alter ich habe so schiss gerade nein ich habe gedrückt ich habe gedrückt 24 4 und jetzt es war gerade so wenig action es muss jetzt wieder was passieren mein gesichterstruck war wahrscheinlich todes behindert aber was soll das denn was nie nee stirb los stirb los stirb alter wie kann man wie kann ich in so einer situation noch leute was habe ich gerade gemacht alter ich habe wieder so ein unverschämtes glück ey das ist gerade ich bin immer noch so in stimmungsschwankung was was bo2 angeht weil es mir einfach einerseits so extrem spaß macht weil ich endlich wieder eben habe aber dann wieder so scheiße verkacke weil ich angeschossen werde mein schuss genau woanders hingeht ja man es bockt es bockt einfach und dann einfach und wie das ihr habt es gesehen ihr habt den schuss gehört er war drauf aber ich werde so getötet was ist das für ein spawn dass ich wieder so ey das ohne scheiß gefühlsschwankung pur einfach nur so abnormal krass wie ich einfach immer wieder hallo wieder mega abgehe und dann einfach wieder so dämlich getötet werde so hier kommen jetzt welche denke ich aber was wie kann das denn sein ich verstehe das nicht man das spiel ist doch bockt doch gerade hammer mäßig hallo 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 habe ich glück ohne scheiß leute was habe ich für ein score 28 zu 9 ich bin am ende noch ein paar mal zu viel gestorben aber es hat so gebockt gerade ohne scheiß lasst mir bitte eine bewertung da und abonniert mich natürlich falls ihr mich noch nicht kennt oder mich noch nicht abonniert hat was weiß ich und ohne scheiß ich möchte auch unglaublich gerne wieder kommentare lesen weil es bockt einfach immer kommentare zu lesen und dann darauf auch zu antworten natürlich ich glaube auch gerade ein bisschen dämlich aber ihr wisst was ich meine es ist einfach es macht einfach spaß kommentare zu lesen und wenn da tausend likes aber kein einziger kommentar ist auch behindert also ihr wisst was zu tun ist und ich kann mich nur noch verabschieden und haut rein bis zum nächsten mal zum nächsten mal